Michael Psellos war ein byzantinischer Universal-Gelehrter und Geschichtsschreiber. Um ihn vom byzantinischen Kaiser Michael II. Psellos zu unterscheiden, wird er auch als Michael Psellos der Jüngere bezeichnet. Leben Michael Psellos kam aus einer gutbürgerlichen Familie, die väterlicherseits einige Patrizier und Konsulen gestellt hatte, aber nicht besonders gut betucht war. Seine Mutter Theodotar, auf die Psellos eine Orlogie schrieb, war klug und tugendhaft und kümmerte sich sehr um seine Erziehung. Bereits im Alter von neun Jahren lass und deutete er immer. Psellos soll seinem Vater ähnlich gewesen sein, gut aussehend und schlank wie eine Zypresse. Er wurde in Konstantinopel erzogen. Nachdem Geld gebraucht wurde, um seine Schwestern mit einer Mitgift zu versehen, konnte die Familie seine Ausbildung nicht länger bezahlen. Und Psellos nahm eine Stelle als Schreiber eines Richters in Philadelphia an. Nach dem plötzlichen Tod seiner Schwestern kehrte er nach Konstantinopel zurück. Sein Lehrer war Johannes Maurerpaus, der später Erzbischof von Euchalter wurde. Durch Vermittlung seines Studienkollegen Konstantinos Lichudis, eines Ministers des Kaisers Michael V., kam er als Sekretär in den Kaiserlichen Hof. Wo er rasch Karriere machte, 1041 Schreiber am Kaiserlichen Gericht in Konstantinopel, 1043 Privatsekretär von Kaiser Konstantin IX. Wurde er später Richter. Unter Konstantini X. Monomachus war er eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Reiches. Unter anderem war er Staatssekretär, Großkämmerer und Geheimer Rat. Er spielte eine Rolle als Königsmacher bei der Thronbesteigung von Konstantin X. Dukas Romanus IV., Diogenes und Michael VII., Parapienakis. Unter Konstantini X. zog er sich mit seinem Freund Johannes Xiphelinos vom Hof zurück und trat in das berühmte Kloster auf dem Mons Olympus in Bithynien ein. Hatte aber keine wahre Berufung für das geistliche Leben. Die Nachfolgerin von Konstantin, Kaiserin Theodora III., rief ihn zurück an den Hof, wo er unter ihr und den folgenden Kaisern wichtige Staatsämter wahrnahm. Er war als Berater von Kaiser Isaac I., Komnenos tätig, den er 1059 zum Rücktritt bewog. Er blieb auch in der Folgezeit am Hof, war gar als Erzieher tätig und wohl maßgeblich am Sturz von Kaiser Romanus IV., beteiligt. Obwohl er der Dukas-Dynastie die Preue gehalten hatte, wurde er von Michael VII. zugunsten des Eunuchen Nike-Forytzes ins Abseits geschoben. Nachdem sein Schulfreund Konstantinos Lichudis 1059 Patriarch geworden war, ließ er Psellos wegen Vernachlässigung seines geistlichen Gelübdes in dem Kloster von Nassu am westlichen Rand der Stadt festhalten. Es wird sogar vermutet, dass Psellos die Chronographie erschrieb, um sich Lichudz wieder geneigt zu machen. Nach der Abdankung von Michael VII. Im Januar 1078 ist nichts mehr über sein Schicksal überliefert. Unter Nike-Forytze III. Botaniathos verschied er vereinsamt und in Ungnade, seine Tochter Styliane, sein Lehrer Nikitas und die meisten seiner Freunde, wie Konstantinos Lichudis, Konstantinos Dukas und Johannes Xiphilin waren bereits vor ihm verstorben. Geistiges Leben Als Privatlehrer wurde er von seinen Schülern hochgeschätzt und galt als Intellektueller. Ihm wurden außergewöhnlich gute Kenntnisse der antiken Autoren bescheinigt. Er wurde Professor für Rhetorik an der Universität von Konstantinopel und Professor für Philosophie an der wiederhergestellten Akademie. Bei der Reorganisation der Universität von Konstantinopel 1045 spielte er eine wichtige Rolle. Michael Psellos war hochgebildet und hinterließ ein umfangreiches Korpus von Werken. Er gilt auch heute noch als einer der bedeutendsten byzantinischen Historiker. Einflüsse Psellos war ein großer Bewunderer der klassischen Antike und ein Anhänger der neu-platonischen Philosophie. Er hatte Kenntnisse der Poesie, der Rhetorik, der Geschichte und Geografie, von Recht, Philosophie und Theologie, der Mathematik und der Naturgeschichte. Es gab keinen Wissenszweig seiner Zeit, in der er sich keinen Namen erworben hatte. Unter seinen literarischen Vorbildern sind Demosthenes, Isokrates, Aristoteles, Tukydides, Platon, Plutarch, Lysias und Gregor von Nazians zu nennen. Freunde und Zeitgenossen Konstantinos Lichudis war ein Schüler von Johannes Maurampaus, später Minister des Kaisers Michael V. und Patriarch von Konstantinopel. Johannes Xifilinos, ein weiterer Schüler von Johannes Maurampaus und Studienkollege von Psellos, wurde Vorsteher der Juristischen Fakultät der Universität von Konstantinopel, dann Abt eines Klosters in Anatolien und schließlich Patriarch von Konstantinopel. Der Patriarch Michael I. Kerularius gegen den Psellos, nachdem er 1058 auf Befehl von Isaki Komnenos festgenommen worden war, die Anklageschrift verfasste. Urteil der Nachweid Karl Krumbacher beklagt seinen sehr wielen Charakter und die Skrupellosigkeit in der Wahl seiner Mittel. Alfred Rambaut lobt seinen Patriotismus, bemängelt aber seine mangelnde politische Standfestigkeit. Sein englischer Herausgeber Edgar Robert Ishton Soter hält ihn für eitel, intrigant und unehrlich, aber patriotisch, warmherzig, loyal, mutig und gläubig. John Julius Mowitsch nennt ihn unsympathisch, aber trotz allem faszinierend. Werke Nicht bei allen Werken ist die Autorenschaft von Psellos gesichert. Autoren wie Alatius gehen von drei bis vier Autoren aus deren Werke unter diesen Namen bekannt sind. Andere unterscheiden einen Psellos den Älteren, der zu Beginn des 9. Jahrhunderts tätig war, und einen Psellos den Jüngeren im 11. Jahrhundert. Er schrieb in der Keune, der byzantinischen Schriftsprache seiner Zeit. Sie war die Sprache der Gelehrten und ahmte in vielem die Grammatik und das Vokabular des klassischen Griechisch nach. Seine Sprache ist lebhaft und künstlerisch, aber oft unklar und manchmal kaum zu deuten. Er gilt als schwer zu übersetzen. Die Chronographie, sein Hauptwerk, behandelte die byzantinische Geschichte von der Thronbesteigung von Basileus II, 976 bis zu der von Naiki Voraus III, Botaniates 1077. Sie setzt damit das Geschichtswert des Leondiakonos fort und ist vor allem als Kaisergeschichte verfasst. Psellos Augenmerk gilt in besonderem Maße dem Hof und den dortigen Intrigen. Die Chronographie ist teils äußerst subjektiv verfasst, dennoch höchst lebendig geschrieben. Der erste Teil, von Basileus II, bis zur Regierung von Isakomnenos, wurde vermutlich zwischen 1059 und 1053 verfasst. Vielleicht auf Anregung seines Freundes Konstantin Oslichudis. Für das byzantinische Mittelalter galt sein Geschichtswerk Chronographie als ein Musterbeispiel für lebendige Literatur. Die voller zynischer und humorvoller Stellen ist. Das Werk wurde in einer einzigen Handschrift überliefert, einer Schönabschrift in Minuskeln auf Pergament des 12. Jahrhunderts. Einige Worte sind sehr verderbt. Die erste moderne Ausgabe des Werkes erfolgte 1874 durch C.N. Sethes ohne jeden kritischen Apparat, eine zweite Ausgabe durch J.B. Burry erschien 1899 in London. Dieses Werk wurde unter dem Titel Chronographie Histoire des UNSILES des Bisons von Émile Rinaldins französische übersetzt. Die englische Übersetzung von E.R.A. Sauter ist auch online zugänglich. Weitere Werke Psellos Weitere Werke umfassen ein weites Themenfeld. Neben mehreren hundert erhaltenen Briefen beschäftigte er sich mit Philosophie, Medizin, Theologie und anderen Bereichen in Werken, die teils für den Unterricht abgefasst wurden. Die Omnifaria Doctrina Die Operatione Dämonum Sieben Eulogien unter anderem auf seine Mutter Theodata, seine Tochter Styliane, seinen Lehrer Naiki Tias, seinen Freund Johannes Xiphelinos und den Metropoliten von Ephesus, Naiki Foros. Panegyrische Gedichte auf Konstantinos Monomachus und Johannes von Euchaita Gedicht über die Grammatik Circa 500 Briefe Ausgaben Wilhelm J. Erz Maike Elis Pselli Historia Syntemus D. Greuter, Berlin, New York 1990 Dieter Roderich Reinsch Maike Elis Pselli Chronographia D. Greuter, Berlin 2014 ISBN 978-311-0345483 Dieter Roderich Reinsch Michael Psellos Leben der byzantinischen Kaiser Chronographia D. Greuter, Berlin 2015 ISBN 978-311-030085-7 Fußnoten John Julius Nowich Byzanz Auf dem Höhepunkt der Macht 800-1071 E. Kohn, Düsseldorf und München 1994 ISBN 3430171628S Siehe die Beschreibung des MS Grec 1712 der Bibliothek Nationale de France Glanz Düsseldorf Berlin 2016 kam 14 ранs